Etwa auf halber Strecke zwischen West Egg und New York schließt sich die Autostraße urplötzlich der Eisenbahntrasse an und läuft für eine Viertelmeile neben ihr her, als schreckte sie vor einem bestimmten trostlosen Landstrich zurück. Es ist ein Tal der Asche, eine fantastische Farm, wo Asche wie Weizen gedeiht und sich zu Graten und Hügeln und grotesken Gärten auswächst, wo Asche die Form von Häusern und Schloten und Rauchsäulen annimmt und schließlich mit übernatürlicher Anstrengung auch die Form aschgrauer Menschen, die sich wie schon zerfallende Schatten durch die pudrige Luft bewegen. Hin und wieder kriecht eine Reihe grauer Waggons über ein unsichtbares Gleis, stößt ein gespenstisches Kreischen aus und kommt zum Stehen und augenblicklich schwärmen die aschgrauen Menschen mit bleiernden Spaten aus und wirbeln eine undurchdringliche Wolke auf, die ihre düstere Geschäftigkeit vor allen Blicken verbirgt. Oberhalb der grauen Landschaft aber und noch über den trostlosen Staubschwaden, die beständig darüber hinwegziehen, bemerkt man nach einer Weile die Augen von Dr. T.J. Ekelberg. Die Augen von Dr. T.J. Ekelberg sind blau und riesengroß, mit Augäpfeln fast einen Meter im Durchmesser. Sie schauen aus keinem Gesicht, sondern hinter einer riesigen gelben Brille hervor, die auf einer nicht vorhandenen Nase sitzt. Offenbar hat irgendein Witzbold von Augenarzt sie dorthin gepflanzt, um seine Praxis im Stadtbezirk Queens anzukurbeln und ist anschließend selbst in ewiger Blindheit versunken oder er hat sie vergessen und ist fortgezogen. Seine Augen jedoch, ein wenig trüb geworden von vielen farblosen Tagen unter Sonne und Regen, brüten weiter über der düsteren Schutthalde. Das Tal der Asche wird auf einer Seite von einem kleinen stinkenden Fluss begrenzt und wenn die Brücke hochgezogen ist, um Lastkähne passieren zu lassen, dürfen die Fahrgäste der wartenden Züge bis zu einer halben Stunde lang auf die trostlose Szenerie starren. Man steht dort eigentlich immer wenigstens eine Minute und bei einer solchen Gelegenheit traf ich zum ersten Mal auf Tom Bachnans Geliebte. Dass er eine hatte, schien in seinen Kreisen eine allseits bekannte Tatsache zu sein. Die Leute verübelten es ihm, dass er mit ihr in beliebten Lokalen auftauchte und sie am Tisch zurückließ, während er umher schlenderte und mit wer weiß wem plauderte. Obwohl ich durchaus neugierig auf sie war, legte ich keinerlei Wert darauf, ihr zu begegnen. Und doch kam es dazu. Eines Nachmittags fuhren Tom und ich mit dem Zug nach New York und als wir bei den Aschehalden anhielten, sprang er auf, packte mich am Ellenbogen und zerrte mich förmlich aus dem Waggon. »Wir steigen aus«, drängte er, »ich möchte, dass du mein Mädchen kennenlernst. Ich glaube, er hatte zum Mittag einiges in sich hineingeschüttet und die Art, wie er auf meiner Gesellschaft beharrte, konnte man geradezu hitzig nennen. Selbstherrlich ging er davon aus, dass ich an einem Sonntagnachmittag nichts Besseres vorhatte. Wir stiegen über einen niedrigen, weißgetünchten Zaun an der Trasse und gingen unter Dr. Eckelbergs starrem Blick etwa 100 Meter die Straße zurück. Das einzige Gebäude weit und breit war ein kleiner Block aus gelben Ziegeln am Rand der Einöde, der über eine Art schmale Hauptstraße zugänglich war und an rein gar nichts angrenzte. Einer der drei Läden, die er beherbergte, war zu vermieten, der zweite ein Restaurant, das die ganze Nacht geöffnet hatte, der dritte war eine Autowerkstatt. Reparaturen, George B. Wilson, An- und Verkauf. Und ich folgte Tom hinein. Der Innenraum wirkte dürftig und kahl. Nur ein einziges Auto war zu sehen, das staubbedeckte Wrack eines Ford, das sich in eine düstere Ecke duckte. Mir schoss bereits durch den Kopf, dass dieser Schatten von einer Werkstatt eine Attrappe sein müsse und dass sich im Obergeschoss wohl romantische Luxusappartments verbargen, als sie in einer Bürotür der Besitzer erschien und sich die Hände an einem alten Lappen abwischte. Er war ein blonder, kraftloser Mann, blutarm und leidlich gut aussehend. Als er uns bemerkte, sprang ein leiser Schimmer der Hoffnung, in seine hellblauen Augen. »Tag, Wilson, mein Alter!«, sagte Tom und schlug ihm jovial auf die Schulter. »Was macht das Geschäft?« »Er kann nicht klagen!«, erwiderte Wilson wenig überzeugend. »Wann verkaufen Sie mir den Wagen?« »Nächste Woche. Einer meiner Männer arbeitet noch dran.« »Lässt sich wohl Zeit damit, was?« »Nein, tut er nicht«, sagte Tom kalt. »Und wenn Sie so darüber denken, sollte ich ihn wohl besser woanders verkaufen.« »So meine ich's nicht«, erklärte Wilson hastig. »Ich meinte nur...« Seine Stimme verklank und Tom schaute sich ungehalten in der Werkstatt um. Dann hörte ich Schritte auf der Treppe und einen Augenblick später schob sich die üppige Gestalt einer Frau vor das durch die Bürotür hereinfallende Licht. Sie war ungefähr Mitte dreißig und etwas füllig, gehörte aber zu den Frauen, die ihre Rundungen mit Sinnlichkeit zu tragen verstehen. Ihr Gesicht über dem getupften Kleid aus dunkelblauem Crêpe zeigte nicht den leisesten Anflug von Schönheit, doch sie strahlte eine unvermittelt spürbare Vitalität aus, als herrschte in den Nerven ihres Körpers ein beständiges Glühen. Sie lächelte leise, als sie durch ihren Mann hindurchging wie durch einen Geist, schüttelte Tom die Hand und sah ihm dabei direkt in die Augen. Dann befeuchtete sie ihre Lippen und ohne sich umzudrehen, sagte sie mit leiser, rauchiger Stimme zu ihrem Mann, »Hol ein paar Stühle, sei so gut, damit man sich setzen kann.« »Oh, natürlich,« antwortete Wilson eilig, ging in das kleine Büro und verschmolz augenblicklich mit der Zementfarbe der Wände. Ein weißer, aschfahler Staub bedeckte seinen dunklen Anzug und sein bleiches Haar, so wie er alles in der Umgebung bedeckte, ausgenommen Wilsons Frau, die sich nun dicht an Tom heranschob. »Ich möchte dich sehen,« sagte Tom eindringlich, »nimm den nächsten Zug.« »Ist gut.« »Wir treffen uns am Zeitungsstand, unten am Bahnsteig.« Sie nickte und entfernte sich wieder von ihm, gerade als Wilson mit zwei Stühlen aus seinem Büro trat. Wir warteten auf sie außer Sichtweite ein Stück die Straße hinunter. Es waren nur noch wenige Tage bis zum 4. Juli und ein graus, knochiges Italienerkind legte Knallerbsen in einer Reihe auf die Eisenbahnschienen. »Grässliche Gegend ist das,« sagte Tom und wechselte einen finsteren Blick mit Dr. Ekelberg. »Zum Fürchten.« »Ja, es tut ihr gut, hier mal rauszukommen.« »Hat ihr Mann nichts dagegen?« »Wilson!« »Der glaubt, sie besucht ihre Schwester in New York.« »Der ist so dämlich.« »Der merkt ja nicht mal, dass er lebt.« Und so machten Tom Bachnern und sein Mädchen und ich uns gemeinsam auf den Weg nach New York. Wenn auch nicht eigentlich gemeinsam, denn Mrs. Wilson saß diskret in einem anderen Wagen. So viel Rücksicht nahm Tom dann doch auf die Empfindlichkeiten der East-Ager, die vielleicht mit im Zug waren. Mrs. Wilson hatte sich umgezogen und trug jetzt ein gemustertes braunes Mousselin-Kleid, das sich über ihre recht breiten Hüften spannte, als Tom ihr in New York auf den Bahnsteig half. Am Zeitungsstand kaufte sie eine Ausgabe des Town-Tattle und ein Filmmagazin, im Drugstore etwas Hautcreme und eine kleine Flasche Parfum. Oben an der pomphaften, hallenden Zufahrt ließ sie vier Taxis davonfahren, ehe sie sich für einen neuen, lavendelfarbenen Wagen mit grauen Polstern entschied. Und in diesem glitten wir schließlich aus dem Bahnhofsgetümmel hinaus, in den strahlenden Sonnenschein. Doch schon im nächsten Moment wandte sie sich jäh vom Fenster ab, lehnte sich nach vorn und klopfte an die Trennscheibe. »Ich möchte einen von den Hunden dort haben«, sagte sie feierlich. »Ich möchte einen für die Wohnung. Es ist schön, einen zu haben, einen Hund.« Wir setzten zurück und hielten bei einem grauen alten Mann, der eine absurde Ähnlichkeit mit John D. Rockefeller hatte. In einem Korb, der um seinen Hals hing, kauerte ein Dutzend erst kürzlich geborener Welpen unbestimmter Rasse. »Was sind das für welche?«, fragte Mrs. Wilson eifrig, als der Mann ans Taxifenster trat. »Alles Mögliche. Was für einen möchte die Dame denn?« »Ich hätte gern einen dieser Schäferhunde. Sie haben wohl nicht zufällig einen von der Sorte?« Der Mann spähte skeptisch in den Korb, tauchte seine Hand hinein und zog am Nackenfell einen zappelten Welpen hervor. »Das ist kein Schäferhund«, sagte Tom. »Nein, ein echter Schäferhund ist er nicht«, sagte der Mann und klang etwas enttäuscht. »Schon eher ein Airdale«, er strich mit der Hand über den flauschigen braunen Rücken. »Sehen Sie sich dieses Fell an. Ein herrliches Fell. Bei dem brauchen Sie jedenfalls keine Sorgen zu haben, dass er sich erkältet.« »Also, ich finde ihn süß«, sagte Mrs. Wilson verzückt. »Was kostet er?« »Der hier«, er musterte ihn bewundernd, »der hier kostet Sie zehn Dollar.« Der Airdale, irgendwo hatte bei ihm zweifellos ein Airdale mitgemischt, auch wenn die Pfoten überraschend weiß waren, wechselte den Besitzer und machte es sich in Mrs. Wilsons Schoß bequem, während sie, hingerissen, sein wetterfestes Fell streichelte. »Ist es ein Junge oder ein Mädchen?«, fragte sie sanft. »Wer da? Der ist ein Junge.« »Das ist eine Hündin«, sagte Tom entschieden. »Hier ist Ihr Geld. Kaufen Sie sich davon die nächsten zehn Hunde.« Wir fuhren hinüber zu Fifth Avenue, die an diesem sommerlichen Sonntagnachmittag warm und mild war, beinahe ländlich. Es hätte mich nicht überrascht, hinter der nächsten Ecke eine große Herde weißer Schafe zu sehen. »Halt mal an«, sagte ich. »Ich sollte hier aussteigen.« »Nein, solltest du nicht«, wehrte Tom eilig ab. »Mörtel wäre gekränkt, wenn du nicht noch mit ins Apartment hinaufkämst. Stimmt's, Mörtel?« »Kommen Sie schon«, dringte sie. »Ich werde meine Schwester Catherine anrufen. Sie ist wunderschön«, sagen Leute, die es wissen müssen. »Tja, wirklich Kern, aber wir fuhren weiter, glitten wieder hinüber auf die andere Seite des Parks und in Richtung hunderter Straßen der Westzeit. In der 158. hielt das Taxi vor einem schmalen Stück eines langen weißen Apartmenthauskuchens. Mit dem Blick einer heimkehrenden Majestät schaute Mrs. Wilson sich um, griff nach ihrem Hund und ihren übrigen Einkäufen und stolzierte hinein. »Ich werde die McKees heraufbitten«, verkündete sie, als wir im Fahrstuhl nach oben fuhren, »und natürlich meine Schwester anrufen.« Das Apartment befand sich im obersten Stock. Ein kleines Wohnzimmer, ein kleines Esszimmer, ein kleines Schlafzimmer und ein Bad. Das Wohnzimmer war bis an die Türen mit einer Garnitur gobelin verzierter, viel zu großer Polstermöbel vollgestellt, und man konnte sich kaum bewegen, ohne über Szenen mit in den Gärten von Versailles schaukelnden Damen zu stolpern. Das einzige Bild war eine zu stark vergrößerte Fotografie, dem Anschein nach eine Henne auf einem verschwommenen Felsen. Betrachtete man es jedoch aus einiger Entfernung, verwandelte sich die Henne in einen Hut und das Antlitz einer fülligen alten Dame strahlte ins Zimmer herab. Auf einem Tisch lagen mehrere ältere Ausgaben des Town-Tattle neben einem Exemplar von »Simon Called Peter« und einigen Broadway-Skandalblättchen. Mrs. Wilson kümmerte sich zunächst um den Hund. Ein wenig diensteifriger Liftboy besorgte eine Kiste voll Stroh und etwas Milch und zusätzlich aus eigenem Antrieb eine Dose mit großen, harten Hundeknochen, von denen einer den ganzen Nachmittag über in der Untertasse mit Milch lag und sich apathisch in seine Bestandteile auflöste. Tom holte inzwischen aus einer verschlossenen Kommode eine Flasche Whisky hervor. Ich bin nur zweimal in meinem Leben betrunken gewesen, und an jenem Nachmittag war das zweite Mal. Daher liegt ein trüber, dunstiger Schleier über allem, was geschah, obwohl das Apartment noch bis nach acht von freundlichem Sonnenlicht erfüllt war. Mrs. Wilson saß auf Toms Schoß und rief mehrere Leute an. Irgendwann hatten wir keine Zigaretten mehr, und ich ging los, um im Drugstore an der Ecke welche zu kaufen. Als ich zurückkam, waren die beiden verschwunden, also setzte ich mich diskret ins Wohnzimmer und las ein Kapitel von »Simon Called Peter«. Entweder war es fürchterlich schlecht, oder der Whisky verzerrte die Dinge, denn es ergab nicht den leisesten Sinn für mich. Kaum waren Tom und Myrtle, nach dem ersten Drink nannten Mrs. Wilson und ich uns beim Vornamen, wieder aufgetaucht, als nach und nach schon die Gäste vor der Apartmenttür standen. Die Schwester, Catherine, war eine schlanke, weltzugewandte Frau um die dreißig, mit einem dichten, steifen Schopf roter Haare und einem milchweiß gepuderten Tarn. Ihre Augenbrauen waren gezupft und anschließend in etwas kühnerem Winkel nachgezogen worden. Doch das Bestreben der Natur, die alte Linienführung wiederherzustellen, gab ihrem Gesicht einen verschwommenen Ausdruck. Wenn sie sich bewegte, war ein stetes Klirren zu hören von unzähligen Emai-Reifen, die in ihren Armen auf- und abklimperten. Sie rauschte mit derartiger Selbstverständlichkeit herein und blickte mit solcher Besitzermine auf das Mobiliar, dass ich mich fragte, ob sie hier wohne. Doch als ich sie darauf ansprach, lachte sie unmäßig, wiederholte laut meine Frage und erklärte mir, sie wohne mit einer Freundin in einem Hotel. Mr. McKee war ein blasser, femininer Mann aus der Wohnung einen Stockwerk tiefer. Er hatte sich wohl frisch rasiert, denn auf seiner Wange saß noch ein weißer Schaumfleck und er begrüßte jeden im Raum höchst ehrerbietig. Er teilte mir mit, er sei in der Kunstbranche und später erfuhr ich, dass er Fotograf war und das unscharf vergrößerte Bild von Mrs. Wilson's Mutter gemacht hatte, das wie ein Ektoplasma an der Wand hing. Seine Frau war schrill, träge, hübsch und nicht auszuhalten. Stolz erzählte sie mir, ihr Mann habe sie seit ihrer Hochzeit 127 Mal fotografiert. Mrs. Wilson hatte sich bereits einige Zeit zuvor umgezogen und trug jetzt ein aufwendiges Nachmittagskleid aus cremenfarbenem Chiffon, das ein beständiges Rascheln von sich gab, während sie durch den Raum glitt. Unter dem Einfluss des Kleides hatte sich auch ihre Ausstrahlung verändert. Die kraftvolle Vitalität, die in der Werkstatt so auffallend gewesen war, verwandelte sich in imposanten Hochmut. Ihr Lachen, ihre Gesten, ihre Bemerkungen gerieten ihr jeden Moment noch affektierter und während sie sich aufplusterte, wurde der Raum um sie her immer kleiner, bis sie sich auf einem lärmenden, quietschenden Angelpunkt durch die rauchige Luft zu drehen schien. »Meine Liebe«, rief sie ihrer Schwester in hoher gezierter Tonlage zu, »die meisten dieser Leute betrügen dich, wo sie können. Sie denken doch nur ans Geld. Letzte Woche hatte ich eine Frau hier wegen meiner Füße und als sie mir die Rechnung gab, hätte man denken können, sie hätte mir den Blinddarm rausgenommen.« »Wie hieß diese Frau noch gleich?«, fragte Mrs. McKee. »Mrs. Eberhardt, sie kommt zur Fußpflege zu den Leuten nach Hause.« »Ich mag ihr Kleid«, bemerkte Mrs. McKee, »ich finde es hinreichend.« Mrs. Wilson verschmähte das Kompliment, indem sie verächtlich eine Augenbraue hochzog. »Das ist bloß ein komischer alter Fetzen«, sagte sie, »ab und zu ziehe ich ihn über, wenn's mir egal ist, wie ich aussehe.« »Aber sie sehen fabelhaft darin aus.« »Sie wissen schon, was ich meine«, fuhr Mrs. McKee fort. »Wenn Chester sie in dieser Pose vors Objektiv bekäme, könnte er ganz sicher was draus machen.« Wir alle schauten schweigend auf Mrs. Wilson, die sich eine Haarsträhne aus den Augen strich und unsere Blicke mit einem strahlenden Lächeln erwiderte. Mr. McKee betrachtete sie eingehend mit schiefgelegtem Kopf und bewegte dann langsam eine Hand vor seinem Gesicht hin und her. »Ich müsste das Licht ändern«, sagte er nach einer Weile. »Ich würde gern die Form der Gesichtszüge herausarbeiten und ich würde versuchen, das ganze hintere Haar zu erwischen.« »Auf keinen Fall würde ich das Licht ändern«, rief Mrs. McKee. »Ich finde es«, ihr Mann machte »sch« und wir alle blickten wieder auf das Motiv, woraufhin Tom Buchanan geräuschvoll gähnte und aufstand. »Ihr McKees werdet jetzt erstmal was trinken«, sagte er. »Besorgt mehr Eis- und Mineralwassermörtel, bevor ihr noch alle einschlafen.« »Ich hatte schon diesem Boy gesagt, er soll Eis holen.« Mörtel runzelte verzweifelt über die Nachlässigkeit der niederen Ränge die Stirn. »Diese Leute! Ständig muss man hinter ihnen her sein!« Sie schaute mich an und lachte sinnlos. Dann stürzte sie sich auf den Hund, küßte ihn ekstatisch und rauschte in die Küche, als wartete dort ein Dutzend Köche auf ihre Anweisungen. »Draußen auf Long Island habe ich einige schöne Sachen gemacht«, erklärte Mr. McKee. Tom sah ihn ausdruckslos an. »Zwei davon haben wir gerahmt, unten hängen.« »Zwei was?«, wollte Tom wissen. »Zwei Studien. Das eine nenne ich Montauk Point, die Möwen, und die andere Montauk Point, das Meer.« Die Schwester, Kathleen, setzte sich neben mich auf die Couch. »Wohnen Sie auch drüben auf Long Island?«, fragte sie. »Ich wohne in West Egg.« »Wirklich? Vor ungefähr einem Monat war ich dort auf einer Party, bei einem Mann namens Gatsby. Kennen Sie ihn?« »Ich wohne direkt nebenan.« »Also, es heißt er wie ein Neff oder Cousin von Kaiser Wilhelm. Da soll er auch sein ganzes Geld herhaben.« »Tatsächlich?«, sie nickte. »Ich habe Angst vor ihm. Also, ich will ihm um keinen Preis in die Quere kommen.« Diese fesselnden Mitteilungen über meinen Nachbarn wurden von Mrs. McKee unterbrochen, die plötzlich auf Kathleen zeigte. »Tester, aus ihr könntest du doch bestimmt was machen,« hob sie an, aber Mr. McKee nickte nur gelangweilt und wandte sich wieder Tom zu. »Ich würde gern öfter auf Long Island arbeiten, wenn mich nur irgendwer bei den Leuten dort einführen würde. Einen guten Einstieg mehr brauche ich gar nicht.« »Fragen Sie Mörtel,« sagte Tom und lachte laut auf, als Mrs. Wilson mit einem Tablett hereinkam. »Sie schreibt Ihnen sicher eine Empfehlung. Stimmt's, Mörtel?« »Was, du ich?«, fragte sie entgeistert. »Du schreibst Mr. McKee eine Empfehlung für deinen Mann, damit er ein paar Studien von ihm machen kann.« Seine Lippen bewegten sich tonlos, während er überlegte. »George B. Wilson an der Zapfsäule oder etwas in der Art.« Catherine beugte sich zu mir rüber und flüsterte mir ins Ohr. »Die beiden können ihre Ehegatten nicht ausstehen.« »Nicht?« »Nicht ausstehen.« Sie schaute auf Mörtel, dann auf Tom. »Also, was ich sagen wollte, ist, warum mit jemandem zusammenleben, dem man nicht ausstehen kann. Wenn ich sie wäre, ich würde mich scheiden lassen und auf der Stelle heiraten.« »Kann sie Wilson denn auch nicht leiden?« Die Antwort darauf war unerwartet. Sie kam von Mörtel, die die Frage gehört hatte, und sie war ungestüm und schamlos. »Ta, sehen Sie es!«, rief Catherine triumphierend. Dann senkte sie ihre Stimme wieder. »Eigentlich ist es eine Frau, die Ihnen im Weg steht. Sie ist Katholikin, und die halten nichts von Scheidung.« Daisy war nicht katholisch, und ich war ein wenig entsetzt über die Raffiness dieser Lüge. »Und wenn Sie irgendwann doch heiraten,« fuhr Catherine fort, »gehen Sie für eine Zeit lang in den Westen, bis der Sturm sich gelegt hat.« »Klüger wäre es, nach Europa zu gehen.« »Oh, Sie mögen Europa?«, rief sie unvermittelt. »Ich war gerade erst in Monte Carlo.« »Tatsächlich?« »Ja, erst letztes Jahr. Ich war mit einer Freundin drüben.« »Für länger?« »Nein, wir fuhren nach Monte Carlo und wieder zurück, über Marseille. Bei unserer Ankunft hatten wir zwölfhundert Dollar, aber die haben sie uns an den Spieltischen in nur zwei Tagen abgeknöpft. Die Rückfahrt war fürchterlich,« sage ich Ihnen. »Gott, wie ich diese Stadt gehasst habe!« Der Spätnachmittagshimmel erstrahlte hinter dem Fenster einen Augenblick lang im honigsüßen Blau des Mittelmeers. Dann rief Mrs. McKees schrille Stimme mich wieder ins Zimmer zurück. »Mir wäre auch beinahe mal ein Malieur passiert,« erklärte sie lebhaft. »Ich hätte beinahe irgend so ein Jütchen geheiratet, das jahrelang hinter mir her war. Ich wusste, er stand unter mir. Alle sagten mir immer wieder, Lucille, dieser Mann steht weit unter dir. Aber wenn ich Chester nicht begegnet wäre, hätte er mich gekriegt, ganz sicher.« »Ja, aber wissen Sie,« sagte Mörtel Wilson und nickte dazu mit dem Kopf, »wenigstens haben Sie ihn nicht geheiratet.« »Hab ich nicht, nein.« »Tja, ich habe ihn geheiratet,« sagte Mörtel zweideutig, »und das ist der Unterschied zwischen Ihrem Fall und meinem.« »Warum eigentlich, Mörtel?«, wollte Catherine jetzt wissen. »Kein Mensch hat dich gezwungen.« Mörtel überlegte. »Ich habe ihn geheiratet, weil ich dachte, er wäre ein Gentleman,« sagte sie schließlich. »Ich dachte, er wüsste, wie man sich benimmt. Dabei war es nicht mal wert, meine Stiefel zu lecken.« »Eine Zeit lang warst du verrückt nach ihm,« sagte Catherine. »Verrückt nach ihm?«, rief Mörtel ungläubig. »Wer sagt, dass ich verrückt nach ihm war? Ich war genauso wenig verrückt nach ihm wie nach diesem Mann da.« Sie zeigte plötzlich auf mich, und alle sahen mich vorwurfsvoll an. Mit meinem Gesichtsausdruck versuchte ich klarzustellen, dass ich derlei Zuneigung auch nicht erwartete. Verrückt war ich nur, als ich ihn heiratete. Ich habe gleich gemerkt, dass es ein Fehler war. Für die Hochzeit hat er sich bei irgendwem einen Anzug geborgt und mir dann noch nicht einmal davon erzählt. Und eines Tages, er war nicht da, kam dieser andere und wollte ihn wiederhaben. »Oh, das ist ihr Anzug,« sagte ich. »Das höre ich nun wirklich zum ersten Mal.« Aber ich gab ihn ihm, und dann legte ich mich hin und heulte mir den ganzen Nachmittag die Augen aus. »Sie sollte wirklich zusehen, dass sie von ihm wegkommt,« nahm Catherine an mich gewandt das Gespräch wieder auf. »Seit elf Jahren leben sie jetzt über dieser Werkstatt, und Tom ist der erste Liebhaber, den sie hatte.« Die Flasche Whisky, eine zweite, fand nun regen Zuspruch bei allen Anwesenden, mit Ausnahme von Catherine, die sich ohne ebenso wohl fühlte, wie sie sagte. Tom läutete nach dem Portier und ließ ihn ein paar hochgelobte Sandwiches bringen, die allein ein vollwertiges Abendessen darstellten. Ich wollte hinaus und ostwärts in Richtung Park durch die sanfte Dämmerung spazieren, doch jedes Mal, wenn ich zu gehen versuchte, wurde ich in irgendeine wilde, hitzige Debatte verwickelt. Die mich wie mit Stricken auf meinen Stuhl zurückzog. Dennoch, hoch über der Stadt, musste unsere Reihe gelber Fenster für den zufälligen Betrachter in den allmählich dunkel werdenden Straßen etwas beitragen zum Geheimnis menschlicher Verborgenheit. Und der war ich auch, schaute hinauf und wunderte mich. Ich war drinnen und draußen, zugleich verzaubert und abgestoßen von der unerschöpflichen Vielfalt des Lebens. Mörtel zog ihren Stuhl dicht an meinen heran und unversehens verströmte ihr warmer Atem über mir die Geschichte ihrer ersten Begegnung mit Tom. Wir saßen auf diesen schmalen Sitzen, die einander gegenüberliegen und immer als Letzte im Zug noch frei sind. Ich war auf dem Weg nach New York, um meine Schwester zu besuchen und dort zu übernachten. Er trug einen feinen Anzug und Lackschuhe und ich konnte meinen Blick nicht von ihm lassen. Aber jedes Mal, wenn er mich ansah, musste ich so tun, als schaute ich mir die Reklame über seinem Kopf an. Als wir am Bahnhof einfuhren, stand er neben mir, seine weiße Hemdbrust an meinen Arm gepresst. Also sagte ich ihm, dass ich wohl die Polizei rufen müsse, aber er wusste, dass ich log. Als ich mich mit ihm ins Taxi setzte, war ich noch immer so aufgeregt. Ich begriff kaum, dass ich nicht in die U-Bahn stieg. Alles, woran ich dachte und immer wieder dachte, war, du lebst nicht ewig, du lebst nicht ewig. Sie wandte sich an Mrs. McKee und der Raum tönte voll vom Klang ihres gekünstelten Lachens. Meine Liebe, rief sie, ich schenke Ihnen das Kleid, sobald ich es überhabe. Gleich morgen muss ich mir ein neues besorgen. Ich werde mir eine Liste machen mit all den Dingen, die ich besorgen muss. Eine Massage und eine Dauerwelle und ein Halsband für den Hund und einen dieser netten kleinen Aschenbecher mit Sprungfeder und einen Kranz mit schwarzer Seidenschleife für Mutters Grab, der den ganzen Sommer lang hält. Ich muss mir die Liste aufschreiben, damit ich nicht alles vergesse, was ich zu tun habe. Es war neun Uhr. Nur einen Augenblick später schaute ich auf meine Uhr und sah, es war zehn. Mr. McKee war mit geballten Fäusten im Schoß auf einem Stuhl eingeschlafen, wie die Fotografie eines Mannes der Tat. Ich holte mein Taschentuch hervor und wischte ihm den getrockneten Schaumpfleck von der Wange, der mich den ganzen Nachmittag über gestört hatte. Der kleine Hund saß auf dem Tisch, spähte mit blinden Augen durch den Rauch und knurrte von Zeit zu Zeit leise. Leute verschwanden, tauchten wieder auf, machten Pläne, irgendwo hinzugehen, verloren sich aus den Augen, suchten einander, fanden sich ein paar Schritte entfernt wieder. Irgendwann gegen Mitternacht standen Tom und Mrs. Wilson sich direkt gegenüber und stritten sich mit überschlagenden Stimmen darum, ob Mrs. Wilson Daisys Namen in den Mund nehmen durfte. »Daisy! Daisy! Daisy!« schrie Mrs. Wilson. »Ich sage es, so oft ich will! Daisy! Daisy!« Mit einer kurzen geschickten Bewegung seiner flachen Hand brach Tom ihr die Nase. Dann lagen blutige Handtücher auf dem Boden des Badezimmers, zeternde Frauenschlimm waren zu hören und hoch über dem Durcheinander ein langes, gebrochenes Schmerzgeheul. Mr. McKee erwachte aus seinem Schlummer und machte sich schlaftrunken auf den Weg zur Tür. Auf halber Strecke drehte er sich um und starrte auf die Szene, auf seine Frau und Catherine, die schimpfend und tröstend mit Hilfsartikeln zwischen den dicht gedrängten Möbelstücken hin- und herstolperten, und auf die verzweifelte Gestalt auf der Couch, die in Strömen blutete und versuchte, eine Nummer des Tone-Tattle über die Gobelin-Szene von Versailles zu breiten. Dann drehte Mr. McKee sich wieder um und ging durch die Tür hinaus. Ich nahm meinen Hut vom Kronleuchter und folgte ihm. »Kommen Sie mal zum Mittagessen«, schlug er vor, als wir im Fahrstuhl hinabächzten. »Wohin?« »Irgendwohin?« »Nähmen Sie die Hände vom Hebel«, blaffte der Liftboy. »Oh, ich bitte um Verzeihung«, sagte Mr. McKee würdevoll. »Ich habe nicht gemerkt, dass ich ihn berührt habe.« »Einverstanden«, sagte ich, »sehr gern.« Ich stand neben seinem Bett, und er saß aufrecht mitten zwischen den Laken in Unterwäsche mit einer großen Fotomappe in Händen. »Die Schöne und das Biest«, »Einsamkeit«, »altes Krämerpferd«, »Burg Lane Bridge«. Und dann lag ich halbschlafend auf dem kalten unteren Bahnsteig der Pennsylvania Station, starrte auf die Morgenausgabe der Tribune und wartete auf den Vier-Uhr-Zug. Zischen 3 Vielen Dank.